Zugriff gewährt. Die hatten es wohl ziemlich eilig, Bridget. Hier ist niemand mehr. Weil jemand Feueralarm ausgelöst hat, um ihn dann wieder abzuschalten. Sie sollten Miss Kassan möglichst schnell finden und sich dann absetzen. Ja, 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 halt die Schosser. Eine Flasche Wein bei der Arbeit, Hammer. Problem mit Eiferskrassen, Zaderobe, auch gut. Gut. Ich will diese ganzen Beteiligungswelle nicht. Das Gewehr hat mich leider zu viel schon gekostet. Das war auch unnötig. Na ja, egal. So, schnappen wir uns, Miss Kassan, was? Oder gibt's hier noch einen Raum, den ich nicht gesehen hab? Ha, ein Drucker. Hier bin ich immer reingekommen. Okay, schnappen wir uns, Miss Kassan. Hallo, Adam. Hat Sao Sie über mein Kommen informiert, Miss Kassan? Bitte, nennen Sie mich Eliza. Sao Yunru hat mir nichts gesagt. Sie weiß nicht, dass Sie diese Verbindung aufgedeckt haben. Woher wissen Sie es dann? Ich beobachte sie schon seit einiger Zeit. Seit vor sechs Monaten der Befehl reinkam, die Satellitenaktivitäten über Detroit und Umgebung kurzzeitig zu unterbrechen. Die Nacht, in der Megans Team entführt wurde. Sie haben Ihre GPLs gestört. Jeder sollte glauben, Sie wären tot. Ja, obwohl ich diese Schlussfolgerung erst später gezogen habe. Ich fand diese Erkenntnis beunruhigend. Ich wünschte, wir könnten länger darüber sprechen. Aber ich habe Sie wohl auf Sie aufmerksam gemacht. Wenn Sie jetzt gehen, entkommen Sie vielleicht. Oh, ich gehe gleich. Aber Sie werden mich begleiten. Es tut mir leid, Adam. Wirklich. Okay, jetzt bin ich am Arsch. Da, sofort! Sagen Sie mir, dass Sie das gesehen haben, Bridget. Später! Jetzt orte ich mehrere Funksignale, die sich auf Ihre Position zubewegen. Das ist eine Falle! Das war doch klar. Aber ich gehe nicht ohne Eliza Kassan. Finden Sie sie, während ich einen Weg nach unten suche. 4.04 ist sauber, aber er kann nicht weit sein. Seid ihr da nicht so sicher? Er kann es. Wenn er hier irgendwo ist, muss er sich vor Angst in die Hosen warten. Garantiert nicht so viel Feuerkraft erwartet. Ja. Warte, bis ich die kleine Schlange in die Finger fliege. Dann merkt er schon, dass er jetzt mit den großen Jungs spielt. Oh, hier mit den großen Mädchen. Nennen Sie ihn. Da drüben! Keine Schlange! Keine Schlange! Keine Schlange! Alle waren in Position! Mach aber! Mach doch her! Keine Schlange aus! Keine Schlange. Chring! Pfeife aus! Fuck! Ah, fuck you. Ach, wir haben noch bestimmt noch Granaten, oder? Eine Giftkast-Granate. Ah, sonst haben wir nichts mehr. Schlecht. Okay, dann werden wir jetzt mal diese benutzen. Eine bessere Sichtfeld. Ja, Sir. Sie, sichern Sie den Ausgang da drüben. Sofort, Sir. Alle Mann in Position! Bein Wärmen! Probiert jetzt mal! Jensen, raus da! Sofort! Sagen Sie mir, dass Sie das gesehen haben, Bridget. Später! Jetzt orte ich mehrere Funktionen an. Schusssignale, die sich auf Ihre Position zubewegen! Das ist eine Falle! Das war doch klar. Aber ich gehe nicht ohne Eliza Kassan. Finden Sie sie, während ich einen Weg nach unten suche. 404 ist sauber, aber er kann nicht weit sein. Seid ihr dann... Hörst den Alarm aus! Sie, auf den Ober... Nee! Warte! Auf den Boden! Das ist ein Kopfschuss! Ah... ...nach mal. Ich musste ja so mutig sein und musste es mir heute noch zumuten, das nochmal so weiterzumachen... Naja... ...sieber Schuld. Meint Dika, du bist selber schuldig. Jensen! Kau, da! Sofort! Sagen Sie mir, dass Sie das gesehen haben, Bridget. Später! Jetzt orte ich mehrere Funktionen, die sich auf Ihre Position zubewegen! bewegen das ist eine falle das war doch klar aber ich gehe nicht ohne eliza kassel finden sie sie während ich einen weg nach unten suche hallo hallo ich finde Das sind weder ein Stein oder ein Nasch. Fack. da ist ein balas noch So, räumen wir erstmal in die Leichen leer hier So, räumen wir erstmal in die Leichen. Wir haben nicht genug Platz dafür, wollt ihr mich verarschen oder so? Tatsache Ach, ich muss ja auch alles mitnehmen, was ich in die Finger kriege Hm, sehr schön, haben wir das jetzt auch wieder geschafft, zack, zack, nix da Zack, rein hier ins Frauenklo Nein, doch nicht, ha Ich glaube, ich habe jetzt zwei Punkte hier, na drei sogar, wow Netzart, netz Ah, brauch ich nicht Das haben wir auch, Rückenarmontierung Oh Anders will ich auch nicht Ach, man, das will ich auch nicht Das halten jetzt verstärkt, das steigen wir auf die Schnellstufe 5, damit wir es maximal zu allem halten können Ach, das will ich auch nicht Das halten jetzt verstärkt, das steigen wir auf die Schnellstufe 5, damit wir das maximal zu allem halten können Ach, das ist auch nicht von mir, denn ich will das nur wie ein Schnellstufe 5 was für die Schnellstufe 5Б Vielen Dank.